So willkommen zurück zu Warhorn. In der letzten Folge hatten wir in der Mine glücklicherweise die Monsterspinne erledigt. Und heute will ich im Grunde meinen meine entstehende Siedlung ein wenig verbessern. Dafür haue ich jetzt erstmal ein klein wenig Holz. Es könnte auch ein klein wenig mehr sein. Das wird wohl sehr langweilig sein. Ich gehe mal in die Ego Perspektive. Da ist die Animation nicht ganz so scheiße. Man sieht die Animation nicht. Ich muss noch mal betonen, dass das hier ist Early Access. Von daher gehe ich stark davon aus, dass das fertige Spiel irgendwann doch besser aussehen wird. So. So. Pum, pum, pum. So. Noch mehr Bäume. Ich bin echt gespannt, ob das Dorf noch steht. Oder ob das auch verschwindet, nachdem ich ausgelockt hatte. Dorf ist hier zu viel gesagt. Ein Rathaus aus billigstem Holz und eine Bodenplatte, bestehend aus drei Fundamentblöcken. Oh Gott. Ähm. Axt kaputt. Neue Axt. Na. Kurz schauen, wie viel Holz haben wir. Über 150. Gut. Sollten wir doch ein paar Holzwände damit zimmern können. Eventuell eine Drohung, die dann bestehen bleibt. Neues Level. Jawohl. Notos Holzhacken. Gut. Dann schauen wir mal. Was ist das? Effizienter. Komm. Erstmal überleben. 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 So. Noch ein bisschen Holz hacken. So. Pum, pum, pum. Komm. Reicht. So. Wenn da unten schon Wölfe sind, da werde ich die nochmal vermöbeln. Dann irgendwann mal ein Jägerlager suchen. Alles looten. Was ist das? Noch... Noch ein Wolf. Denn aktuell kann ich, glaube, mein Schild nicht benutzen. Klopfen wir noch ein bisschen Eisen. Wow. Oh. Kaputt gegangen. Da ist ein Hirsch, den lassen wir noch in Frieden. Wobei, haben wir noch Platz. Nicht viel. Das Ding kann ich trocken. Komm, ich versuch mal den Hirsch noch zu erledigen. Oh, den Hirsch. Okay. Äh, vergessen wir den Hirsch. Oh, Riesenspinne. Okay. In welcher Richtung? Da unten irgendwo. Ah, ich sehe es schon. Ich sehe es schon. Die schwarze Textur. Da, 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 da. Mal schauen. Ob jetzt vielleicht noch mehr geht. Oh. Hilfe. Hilfe. Geh weg, du Pinne. Binne. Okay. Nein. Das gibt's doch nicht. Hatten die Wölfe mich so... fertig gemacht. Meine Fresse. Ich brauche unbedingt... einen Unterschlupf. Mh? Okay. Falsch gelaufen. Ähm. Ähm. Gladius. Okay, dann ist das doch richtiger Ausgang. Verflixt nochmal. Diese blöde Spinner. Piep, piep, piep. Ihr kleinen Vöglein. Ihr kleinen Vöglein. So. Map. Ich lauf schon richtig. So. Ich glaube, davon liegt meine Leiche. Da. Du blöde Spinne. Hau ab. Ach Gott. Das kann doch nicht sein. Oh, verdammt. Habe ich Geld? Nein, habe ich es natürlich nicht. Du heilige Scheiße. Wir müssen die Spinne austricksen. Scheiße. Jetzt wird es dunkel. Ah. Das klingt nicht gut. Ah. Ah. Das klingt nicht gut. Ah. 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 Oh Gott. Was läuft denn hier? Helfer. Helfer. Da läuft irgendeine Vieh. Schläft die Spinne vielleicht. Looten Bogen Alles rüber hier Scheiße Ich will zacken Helm Füße Schuhe Ring Pfeile Handschuhe Hammer Komm Einfach rüberziehen Holz Spinnenzähne Federn Ein paar Stöcke nehmen wir noch mit So So Wir gehen mal Hier rein Zumindest ein bisschen hell Inventar Jetzt Da 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 Wo ist Das Schwert Warum Warum kann ich das gerade nicht mit runterziehen? Crafting. Scheiße, ich muss was trinken. 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 Ich würde gern ein Messer benutzen. Messer. Axt. Zack. Heal Potion. Packen wir mal auf die 2. Hatten wir noch eine Fackel dabei? Ja. Gut. Dann packe ich erstmal die Fackel ein. Ähm. Fünf. Anmachen. So. Suchen wir mal ganz schnell unsere Leiche. Ja. Scheiße. Wo ist mein beschissenes Schwert? Da vorn. So. Jetzt renn, 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 renn. Glück gehabt. Hier ist das Schwert. Eine Fresse. Okay. Okay. Den Hirsch kriege ich nicht. Gut. Dann. Probieren wir mal jetzt. Was zu bauen. Wände. Wände. Wände wollen nicht. Wände. 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 Wände gegangen. Wände. 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 Wand bin ich zu blöd. Habe ich die von außen vielleicht? Nein. Gut, dann keine Wand. Hätte ich aber. Eine Wand mit einer Tür. Vielleicht muss ich damit anfangen. Nein, auch nicht. Gut, dann... Inventar, Buildings. Eine einfache Wand. Ohne alles. Nein. Ah. Okay. Ich verstehe. Erstmal ein paar Balken. So, und eventuell kann ich jetzt eine Wand dazwischen platzieren. Jawohl. Wände mit Fenstern. Wobei, hier hinten machen wir mal... Eine mit Tür. Building. Balken. So, Inventar. Hopp. Noch eine Wand. So. Jetzt... Kann ich hier schon eine Decke draufziehen? In... Oh, eine Tür. Lockdor. Ein Bett. Jawohl. Fehlt Leder. Ähm... Treppe. Eine Tür. Eine Tür. Gut, dann machen wir mal eine Tür hier hin. Eine Tür bitte hier hin. So, jetzt weiß ich nicht genau... Genau. Genau. Ob ich hier dazwischen auch noch Balken machen muss. Das probieren wir einfach mal aus. Ach, was fehlt hier? Jetzt habe ich schon kein Holz mehr. Ach. Gott. Gut. Gut. Wir gehen mal ganz kurz in den Wald. Ah. Na gut. Klopfen wir noch ein paar Bäumchen. So. Haben wir genug Holz. 44. Pam pam pam. Achse ist eh gleich kaputt. So. Ich beende dann erstmal die Folge hier. Tschüss und ciao. Bis zum nächsten Mal. Bye bye.